Heute sprechen wir über die besten Lötkolben. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Lötkolben. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 4. Das Indie-Lötkolben-Set wird mit einem Lötkolben sowie diversen Zubehör geliefert. Dadurch eignet sich dieses Kit sowohl für den erfolgreichen professionellen Einsatz als auch für die Hobby-Elektronik. Ein Saugnapf, fünf Lötkolbenspitzen, ein Reinigungsschwamm und Lötdraht sind neben dem hochwertigen 50W-Lötkolben im Lieferumfang enthalten. Sehr praktisch ist auch der mitgelieferte Aufbewahrungs- und Transportkoffer. Dieser Koffer ist mit zwei starken Kunststoffschlössern gesichert, um einen sicheren Versand zu gewährleisten. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 der SR-Lötkolben ist eines der kleinsten Modelle in unserem Lötkolbenvergleich. Diese Funktion sorgt dafür, dass das Guard-Kit bei jeder Lötaufgabe komfortabel zu bedienen ist. Da das Lötgerät nur 281 G wiegt, liegt es angenehm und fest in der Hand. Da sich der Griff während des Gebrauchs kaum erwärmt, sind keine Schutzhandschuhe erforderlich. Der Abstand zwischen Lötspitze und vorderer Griffhüfte ist gering, hat aber keinen Einfluss auf die Lötqualität. Nummer 2 der er mit Gas betrieben wird, kann der Dremel Faser Typ 2006 auch an schwer zugänglichen Stellen oder an Orten ohne Stromanschluss eingesetzt werden. Als Energiequelle dient eine Gaskartusche mit einer Tankgröße von 17 ml. Die voll aufgeladene Gaskartusche bietet bis zu 90 Minuten Brennohr, so dass Sie den Dremel Faser Typ 2006 überall hin mitnehmen können. Es kann überall und jederzeit verwendet werden. Im Lieferumfang sind eine Lötspitze, Lötdraht, Lötschwamm mit Lötschwammbehälter, sechs verschiedene Aufsätze und zwei Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze enthalten. Und die Nummer 1 unserer Liste, die Lötstation ZD 937 B ist von Kumpzi, ist für den professionellen Einsatz gedacht. Mit diesem Lötgerät lassen sich verschiedene Lötaufgaben problemlos erledigen. Durch die einfache und schnelle Temperatureinstellung ist es vielseitig einsetzbar. Der wichtigste Aspekt dieses Lötwerkzeugs ist das Netzteil, das der Temperatureinstellung dient und über ein helles und übersichtliches LCD-Display verfügt, das alle wichtigen Informationen anzeigt. Die Istwerte werden im oberen Feld des LCD-Displays angezeigt, während die Zielwerte im unteren Feld angezeigt werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.